Okay, Leute, es sieht ganz so aus, als ob es mal wieder Zeit wird, die Tomate zu füttern. Achtung, dieses Spiel ist übrigens ein Gruselspiel, denn dieser Tomate darf man nicht vertrauen. Aber daher, dass ich ebenfalls ein Schisser bin, mache ich das hier mit euch gemeinsam durch, okay? Wir legen jetzt die Tomate in den Mixer und wir legen los. Wundert euch nicht, das Spiel ist auf Englisch und wir mixen hier gerade die Tomate. Es sieht so aus, diese Tomate ist hungrig und möchte gefüttert werden. Dieses Spiel sieht sehr komisch aus und wir haben hier oben ein Anger-Level. Anger-Level, ich glaube Anger heißt das, genau, ein Anger-Level und da sind wir auf 1. Und wir haben hier einen Mixer, wir haben die Tomate und er sagt immer, was er möchte. Er hat gesagt, er möchte Creme. Äh, das hier ist Creme, oder? I want a cheeseburger. Okay, jetzt will er einen Cheeseburger, okay? Hier ist er einen Cheeseburger. I want strawberry. Okay, eine Strawberry, dementsprechend eine Erdbeere. Bitteschön, mein Kleiner. I want some ketchup. Ketchup, er will einfach nur Ketchup essen. Ist das eine Tomate, die Ketchup essen möchte? Ist das absoluter Kannibalismus, den du damit betreibst, mein Lieber. Aber bitteschön. I want some carrot soup. Was? Karottensuppe? Okay, bitteschön. Iss. I want some ice. Er will einfach nur Eis essen. Okay, dann hast du hier Eis. Iss einfach dann Eis. I want fish. Okay, er will jetzt einen Fisch essen. Hier ist er einen Fisch. Bitteschön. Iss es gerne. I want a glass of milk. Ein glass of milk. Klar, kein Problem. Hier hast du ein bisschen Milch. Eine glass of milk. I want a glass of water. Ein glass of water. Gar kein Problem. Oder was passiert, wenn wir ihm einfach den Bacon geben? Er hat nicht danach gefragt. Er, äh, oh, wir haben, oh mein Gott, das Anger-Level, das wütend, oder das wütend-Level ist weiter nach oben gegangen. Was wollte er jetzt haben? Ich glaube, er wollte Sushi, oder? Sushi. Bitteschön. I want some tomato soup. Ah, er will tomato soup. Er will wieder den Kannibalismus betreiben. Man kann aber auch was mixen, gell? Okay, tomato soup mixen. Geht das? Hä, was ist denn jetzt passiert? Hey, ich wollte das nicht. Okay, nimm das. Es tut mir leid, Mann. I did not ask for this. I want some carrot soup. Carrot soup. Also, hier hast du carrot soup. Bitteschön. I want salami. Salami. Okay, nimm einfach hier diese Salami. Iss. Iss einfach die Salami. I want some tomato soup. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich vertraue dieser Tomate nicht. Ich vertraue der nicht. Hier hast du tomato soup. I want some spaghetti. Spaghetti. Okay. Hier hast du dein Spaghetti. Nimm. I want a glass of milk. Ein glass of milk, hä? Nach so einer schönen Spaghetti machst du eine Carbonara draus. I want some ice. Eis. Okay, bitteschön. Eis, bitte. Nimm einfach. I want pepper. Okay, pepper sowie pepperoni. Bitteschön. I want a glass of milk. Okay. Er will wieder Milch. Er trinkt ganz schön viel Milch, aber nach so einer Pepperoni. Ich will ein bisschen Salad. Okay, jetzt will er einfach nur ein bisschen Salad. Das ist das letzte. Okay. Okay, er ist jetzt voll. Was? Das war's? Das war das Spiel? Das kann nicht sein. Da muss es noch irgendwas geben. Shop Scissors. Aha. Damit kann man Tücher auseinanderschneiden. Eine Taschenlampe. Damit kann man etwas Licht werfen. Ein Messer. Okay. 100 Punkte, 100 Euro für so süße Süßigkeiten. Na? Delicious candy, they can cheer up any creature in no time. Okay. Sound Normalizer. Okay. Also wir können uns im Prinzip eigentlich nur diese Schere hier leisten. Also komm, holen wir uns mal die Schere. Ich hab jetzt eine Schere und wir spielen. How to play. Wie funktioniert das? Wenn wir E drücken, können wir die Items benutzen. Okay. Und dann geht das eigentlich auch schon los. Gut. Dann haben wir ja alles. Okay. Ganz simple Sache. Dann spielen wir noch mal eine Runde. Was passiert denn? Also ich weiß nicht. Ist das? Das ist doch... Oh nein. Nein. Ah. Okay. Er will eine Potato haben. Ich geb ihm jetzt mal nur falsche Sachen. Hier. Bitteschön. Ah. I did not ask for this. I want some tomato soup. Tomato soup willst du? Kriegst du aber Wasser. Was hältst du von diesem Wasser, hä? I did not ask for this. Some chocolate. Er will Schokolade, aber du kriegst heute Salat. Da ist übrigens auch Tomate mit dabei. Ja. I did not ask for this. Ja, ja. I want strawberry. Ah, eine Strawberry willst du haben. Du kriegst aber Spaghetti. Nimm das. Ah. I did not ask for this. Ich schwör's euch. Irgendwas ist mit dieser Tomate falsch. Irgendwas ist da falsch, Leute. Da ist irgendwas im Busch. Da ist irgendwas im Tomatenbusch. So. Ein Cheeseburger, bitteschön. Wollte er den? Ne, wollte er nicht. I did not ask for this. Aha. I want an egg. Ein Ei kriegst du aber eine Salami. Salami, Salami. I did not ask for this. I did not ask for this. Donut kriegst du aber Peperoni, bitteschön. Wir haben den schon auf Edgar Level 9. Ich weiß gar nicht, was das bedeutet jetzt. I did not ask for this. I did not ask for this. I did not ask for this. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst, dass man dem nicht vertrauen darf. Oh mein Gott, was passiert hier? Gehirn, Hand oder Auge? Ah, nein. Diese Spiele werden immer so verrückt. Ich hab's gewusst. Okay, hör zu. Was mach ich denn jetzt? Oh, jetzt ist der wütend. Mach dir mal nettere Augen drauf. Der sieht mir ein bisschen zu sauer aus. So. Und jetzt, äh, hier hast du ein Gehirn zum Essen. Okay. Äh, dann hier eine Hand. Eine Zombie-Hand. Gefällt sie dir? Okay. Und wie gefällt dir das Auge? Okay. Gibt's hier irgendwas anderes noch? Äh, Schere. Ich muss die Schere verwenden. Ne. Hier, Auge nochmal. Es gibt nochmal ein Auge. Ein Doktor Auge zum Essen. Hier hast du nochmal eine Hand. Gehirn. Ah, er isst so viel. Diese, ah, diese Tomate ist wahnsinnig. Ach, hier hast du nochmal Gehirn. Und nochmal Hand. Und nochmal ein Auge. Was? Bist du jetzt satt? Hallo? Ah! Oh, Mann, ey. Diese Spiele machen mich immer... Was ist das? Mann! Was sind das für... Alter, das Spiel ist einfach ausgegangen. Das Spiel schließt sich von selber, nur, weil diese Tomate nicht in der Lage ist, Kritik einzunehmen. Oder so. Keine Angst, wir geben euch ne Dings ne Warnung, wenn da geschrieben wird. Oh, Gott. Oh, Mann. Aber ich krieg keine Warnung. Oh, das ist so nervig. Oh, mein Gott. Jetzt starte ich das Spiel wieder und was ist das jetzt? Oh, nö. Ach, komm. Was ist das denn? Also, was haben wir hier? Toll. Jetzt habe ich das Spiel kaputt gemacht und jetzt, nur weil diese Tomate jetzt sauer auf mich geworden ist, dann ist das Spiel ausgegangen. Jetzt habe ich das Spiel wieder angemacht und jetzt kommt das. Was soll das denn sein? Hä? Jetzt ist das Spiel wieder aus. Dieses Spiel, ich schätze euch, das ist so komisch. Das ist einfach so komisch. Geht das jetzt noch an? Oder war das ein Virus? Was habe ich mir hier runtergeladen, ha? Was ist das für ein Spiel? Mr. Tomato. Ich will jetzt Mr. Tomato spielen, Mann. Mr. Tomato. Alter, das Spiel funktioniert einfach nicht mehr. Die Tomate ist jetzt einfach so wütend auf mich geworden. Als ob das Spiel einfach nicht mehr funktioniert. Mein PC kann dieses Spiel nicht mehr spielen. Es geht aus. Da ist es. Warning. Das sagt so, dass es ein bisschen gruselig ist und so. Aber es geht nicht weiter an. Das war's. Dieses Tomatenspiel ist Dings. Ich habe es einfach kaputt gemacht. Ich habe noch nie ein Spiel einfach so kaputt gemacht. Aber das schon. Oh Mann. Okay. Gut. Ich glaube, damit ist die Aufnahme halt einfach zu Ende. Was soll ich denn dazu sagen? Ich kann jetzt nichts mehr spielen, weil das Spiel geht nicht mehr. Oh Mann. Okay. Gut. Meine werten Damen und Herren, das war Mr. Tomato. Ich habe mich ein bisschen erschrocken und ich kriege das Spiel nicht mehr an. Das heißt, es war's. Das war's jetzt tatsächlich. Gut. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder, wenn das Spiel wieder funktioniert. Oder wie auch immer. Haut rein, Leute. Und ciao.